Der 28. Spieltag wartet auf uns heute mit dabei. 500 K-Spieler, die man auf jeden Fall aufstellen kann am Wochenende. Zwei davon auch in meiner Startelf und Top-Teams gegeneinander, Punkte-Klau-Alarm ist auf jeden Fall der Fall im 28. Spieltag. Deswegen bauen wir auf zwei Mannschaften, die einen Mega-Missmatch haben. Rein ins Video. Tag zusammen, Jan hier von KickBase. Heute versuche ich das kürzeste, informativste All-Its-U-Championship-Video vorbereiten auf den 28. Spieltag zu machen, das wir je gehabt haben. 27 waren viel zu lang, 28 heute kurz, knackig, prägnant, alles drin, stoppen wir rein. Wir starten Freitagabend und Jürgen Berlin gegen Köln. Hier haben wir zwei Leute, einmal Renaud, 500 K für Lute in der Kiste, relevant, Goldi, da macht es eh nicht so viel aus. Da lohnt sich ein Neuer nicht, weil der macht vielleicht 50, 60 Punkte mehr, aber steht in keiner Relation. Das Geld kann dir auf anderen Positionen viel effektiver nutzen. Und bei den Kölnern, Esi Boué, Rechtsverteidiger wird da spielen, Ne Mio, warum nicht so? Da musst du halt gambeln. Da gambelst du auf keinen Fall beide gleichzeitig, weil 0-0, vielleicht unrealistisch an dem Freitagabend mit Flutlicht und Jürgen Berlin. Aber da sagst du entweder, die Kölner machen eventuell zu 0 einen Auswärtssieg, machst du eh so W. Wenn du sagst Union, gehst du auf den Rönne und stellst anderen in die Verteidigung. Und genauso wie Union Köln eine Glaubensfrage des Aufstellens ist, genauso Arminia Bielefeld gegen VfB Schucke. Du hast bei der Arminia Bielefeld so viele günstige Leute, wo du perfekt in die Championship hauen könntest, was Risiko angeht. Wenn es gut geht, hast du alles richtig gemacht. Wenn es schlecht geht, dann verdaulichst du den ganzen Spieltag. Yanni Serra wird sehr wahrscheinlich stürmen für die Arminen. Die haben in den letzten neun Spielen eine Kiste nur gemacht. Die Bielefelder Tor, harmloser geht es gar nicht. So harmloser geht es momentan nicht. Wenn du darauf gambelst, die schaffen den Breakaround, die schaffen den Turnaround gegen die Stuttgarter. Yanni Serra, genauso in Vasiad ist auch ein 500k-Spieler. Kannst dir reinzaubern, musst halt sagen, entweder gehe ich auf Arminia oder ich gehe auf Stuttgart. Bei Stuttgart hast du einen relativ günstigen Goldie, wo man dann darauf gambeln könnte, wenn es weitergeht. Wenn die Arminen es nicht schaffen sollten, ein Tor zu erzielen, Florian Müller, grüner Balken, easy, 5 Millionen. Du hast einen Stenzel, der sehr wahrscheinlich auflaufen wird. Du hast eventuell die Personalie Sosa, die rausfällt. Vielleicht erfahren wir bis morgen Abend, dass Sosa nicht spielt. Ein Ito relevant. Also kurzzeitig, gerade vor Aufstellungsabgabe, auf jeden Fall nochmal reinschauen und entscheiden, wen die aufstellt. Aber nicht nur bei Union Köln oder Bielefeld Stuttgart kann man auf günstige Spieler setzen. Nein, wir haben auch einige Mismatches, wie ich an diesem Wochenende sehe. Eintracht Frankfurt gegen Kreuter Fürth, Leverkusen gegen Berlin, Hoffenheim gegen Bochum. Wir haben auch in diesen Spielen relativ günstige Startelf-Alternativen, die durchaus Ausreißerpotenzial haben. Wir fangen mal unten an. Wir fangen hier bei Makoto Hashebe an. Frankfurt spielt gegen Fürth. Fürth auswärts eh mindestens immer zwei Gegentore, die ganze Saison schon. Makoto Hashebe macht den Grillitsch am Wochenende. Da wird so viel... Also Frankfurt spielt zuerst mal eigentlich ungern mit eigenem Ballbesitz. Gegen Fürth müssen es aber machen. Und Hashebe wird aus der Zentrale der Innenverteidigung so ein bisschen libero machen, wird den Grillitsch 2.0 machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der auch ohne Torbeteiligung... So, okay, wie unrealistisch ist eine Torbeteiligung bei Hashebe? Dass der Kollege einen Hunni hinlegen wird? Easy. Der braucht es noch nicht Mann zu Null. Ich glaube, die Ballbesitzaktion wird es geben bei den Frankfurtern und Hashebe. Einer 500k. So ein No-Brainer. Da würde ich mir noch nicht mal Gedanken drüber machen. Heimspiel Frankfurt. Volle Hütte wieder. Die Ultras sind auch back. Das wird nicht schief gegen Fürth. Und auch beim anderen Mismatch. Leverkusen, Berlin haben wir auch einen. Zwar nicht 500k, aber dafür, dass er bei Leverkusen relativ sicher startet. Kusunu 5 Millionen. Ein Schlapper momentan noch. Rechtsverteidiger, weil Frimpong ausfällt und sein Backup Fusumensa ja auch nicht ready ist. Also von daher Kusunu einer, den man auf jeden Fall reinzaubern kann. Weil man sieht auch hier mit zu Null-Bonus 2 in Leverkusen. 116 Punkte. Ich kann mir gut vorstellen, dass im Heimspiel gegen die Hertaner so ein bisschen mehr Ballbesitz sein wird. Und eventuell auch so ein bisschen mehr Offensivpunkte gesammelt werden von einem Kusunu. Deswegen auch eher einer, den man reinzaubern kann. Und das dritte Mismatch, was ich auserkoren habe für diesen Spieltag. Und da gibt es leider auch keine günstigen Spieler, die man aufstellen könnte aus der Startelf heraus. Weil ein Baumann, weil ein Hübner, der eventuell auch fraglich ist, weil ein Kadazabek. Die sind alle schon relativ teuer. Und gerade die Offensive, auf die ich gehen würde in diesem Spiel. Hoffenheim 3-0 Klatsche bekommen in Berlin. Das ist ein Auslutscher gewesen. Die müssen jetzt aufstehen, die müssen Mund abputzen und weitermachen. Und gerade so ein Kramaric ist in der Pflicht. Ein Baumgarten ist in der Pflicht. Und Kramaric, einer der echten Kramaric-Besitzer, die tun mir leid. Wichtig, die tun mir so leid. Guckt euch das mal an. Das ist echt, das ist nicht, das ist noch nicht mal 30 Millionen wert momentan, was der abliefert. Aber der Kollege doppelt getroffen bei der Nazio. Jetzt Heimspiel gegen Bochum. Und ich glaube, er wird so den Druck ein bisschen spüren. Deswegen, Kramaric muss performen am Wochenende. Einer, den man gerne mal aufstellt. Und einer, den man auf jeden Fall gerne aufstellt. Nazi, Alter, David Raum. Hätte dieses eine Kopfballduell noch gewonnen gegen den Holländer. Noch krankere Partie. David Raum aber immer einer, dem man aufstellen kann. So vor allem gegen Bochum. Leitspeller, Kocatzer, Kopfballstark. Aber ich sehe da keinen Grund, warum Raum nicht über die linke Seite wieder ordentlich Randale macht und 120er, 130er hinlegt. Easy. Und die restlichen Partien halte ich gar nicht so für relevant. Also am unrelevantesten an diesem Wochenende für mich wirklich Dortmund-Leipzig. So kann ich null einschätzen, die Partie. Kann für mich an beide Seiten ausgehen. Kann 2-2, kann 0-0 werden. Kann 5-4 werden. Also ich glaube einfach, das Risiko ist da zu hoch. Wenn man sich entscheidet, komplett auf eine Seite gehen. Wenn man sich entscheidet, komplett auf Leipzig, komplett auf Dortmund und Spassan und typische Topspiel. Sonst, das Duell Freiburg gegen Bayern, wäre meiner Meinung nach auf keinen Fall Freiburger aufstellen. Wenn dann die Bayern, gerade so die Hochkaräter, wo du weißt, selbst wenn das Ding 1-1 ausgeht, und Kimmich wird punkten, Leon Dorsky wird seine Kiste machen, da würde ich mir keine Gedanken machen. Und Sonntag, Knobel. So, da würde ich, wenn dann, Sonntag wäre für mich ein Spiel, oder wären beide Spiele, wo ich formstarke Spiele draufstellen würde. Wenn dann formstark, die findest du kaum bei Wolfsburg, die findest du kaum bei Augsburg, die findest du auswärts bei Mainz, sind formschwach wie noch was. Wenn dann bei den Gladbachern ein Player wäre für mich einer, den man auf jeden Fall aufstellen kann. Neuhaus wäre eine sichere Kiste. Rufen wir noch nicht. Benze Baini ist eine sichere Kiste. Eventuell so LW, die finde ich zu interessant. Also Benze Baini, vielleicht ein Netz, der über links kommen kann, weil Benze Baini einfach den Innenverteidiger geben muss, weil Personal nicht da ist. Und sonst, Thuram auch zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall noch nicht sicher. Wenn jetzt eine Meldung kommt, der Kollege wird spielen am Wochenende. Player, Thuram, Neuhaus, Benze Baini, Mbolo auch Finger von dem weglassen. Also da wären wir zu gefährlich für den Championship-Modus. Viel zu viel geschnackt wieder. Rein in die Aufstellung, Mismatches beachten. Vor allem Leverkusen und Frankfurt habe ich angesprochen. Gehen wir rein. Quick jetzt, quick, quick, quick. Hasebe, Geld sparen. Renault, Geld sparen. Gehen wir am Freitagabend auf die Unioner. Geld sparen. Was haben wir noch? Auch ein dicker Kopfballstark gegen Fürth. Boah, Fürth auch enormen Standard. Eigentlich musst du Kostic machen. Eigentlich musst du... Wir machen Lindström, Kostic... Ich mache kurz Kostic. Zeige euch kurz, warum. Warum Kostic nicht? Formschwach. Krass, formschwach. Wir machen Lindström. Lindström eher mal für den Ausreißer gut, oder? Lindström, ganz kurz reingucken. Ganz kurz reingucken. Aber das sieht gut aus bei Lindström. Ja. Vor allem, wenn du bedenkst, guck dir mal, gegen wen? Gegen wen? Jetzt geht es gegen Fürth. Aufsteiger Bochum, 192. Ja, 182. Gegen fast... Oder eventuell Abschießkandidat Berlin. 180er hingelegt. Gegen Stuttgart. Also gerade so gegen die untere klassische Mannschaft. Lindström immer einer, der ja ganz gut ausrasten kann. Wir haben drei Frankfurter drin. Leverkusener, Diaby. Wir machen Diaby rein. Diaby. Wir machen Paulinho rein. Auf der 10, komm schon, Alter. Paulinho auf der 10 muss eigentlich explodieren. Kussonu fürs Geld. Kussonu. So, wir haben noch vier Positionen. Wir haben das Geld. Wir haben das Geld. Wir packen die Bayern rein. Wir fangen Kimmich rein. Musial hat mir richtig gut gefallen in der Woche. Neben Kimmich. 19 Millionen. Alles an Player. Alles an Player. Wo ist er? Wo ist alles an Player? 18,4. Ab geht's. 1,1 Millionen über. Reinen Spieltag. Reinen Spieltag.